Ich krieg mich nicht mehr ein. Was denn? Die Ware bringt mich um den Verstand. Kann ich auch nichts für? Hallo? Scheiße! Zu Brücke sprungen! Ich hab Tränen in die Augen voll. Verdammt! Herrgott ey! Und nochmal die ganze Schose. Das ist jetzt nicht wahr. Das ist nicht wahr. Ah, ich hasse Level 13. Ich befinde mich gerade an der Stelle noch recht nah am Anfang, wo man unten links in der Ecke auf der einen Platte springen muss, damit da quasi unten rechts der Schalter aktiviert ist. Aber unten links ist ja auch noch einer. Da muss man wohl auch noch eine Platte drauf fallen lassen, glaube ich. Oder? Ne? Ich weiß es noch. Ich kann wohl das drüberspringen. Das kannst du auch probieren. Dass du durch das Tor durchspringen musst. Ich bin gerade irgendwie total planlos. Ne. Ich hab's gerade falsch im Kopf gehabt. Es ist nämlich für dieses Tor hier, dass ich hier raus kann. Das Level bringt mich echt hier durch in allem. Das ist so... verwirrend. Ja, äh... Mission erfolgreich vom Spiel, würde ich mal sagen, ne? Ja. Wenn ich dann noch beim Teleportal habe, wie auch hin vorbeikomme, dann ist ganz vorbei. So schlimm finde ich das gar nicht mal. Es gibt halt nur eine Stelle, wo du halt wieder blind nach rechts springen musst. Da will ich nicht drunter. Anders, ist der Weg recht übersichtlich. Ist der Weg recht übersichtlich. So, Wache. So, same shit again. And again, again. So langsam wird's nämlich Eid, Wache. Also komm her. Oh, du ver... Ja, ja gut. Hier nochmal. Und noch einmal. Oh, meine Güte. Ich trau mich gar nicht mehr an dich ran. Ein Fälscher Schritt und ich bin tot. Oh, jetzt komm her. Geht doch. So weit haben wir's also auch wieder geschafft. Noch die Sprungscheiße da oben. Okay, jetzt komm wieder durch die Guillotine durch. So früh. Ne, passt noch. Hier hoch kann ich nicht, oder? Wir beide wieder ein bisschen. Ne, da hoch kann ich echt nicht. Das gibt's nicht. Wo soll ich... Weißt du, was im Spiel fehlt? Was denn? Zeitsand. Aber der 3D-Teile. Ich kann doch einfach mal zurückspulen. Mhm. Komm, jetzt aber. Und gleich nochmal. Und nochmal. Nein! Na! Ach! Natürlich! Natürlich! Ne? Ich hab noch einen Arsch offen. Ja, Level 18 ist die olle Stelle, wo man immer weiterspringen muss. Und nochmal in so ein offenes Tor reinspringen muss. Und oben drüber ist noch eine Platte drüber, wo du dich am besten nicht festhältst, sondern erst im Tor darunter. Ich weiß gerade nicht, wie ich Level 13 schaffen soll. Ich hab gerade echt keine Ahnung, ey. Hm. Probieren geht lieber studieren, ne? Na, ich probiere gerade alles Mögliche, aber entweder ich komm nur zu ne Sackgasse oder ne Wache, die mich runterschubst und ich da nicht weiterkomme. Gibt nur die eine oder die andere Möglichkeit. Gerade. Dann überdiebst du vielleicht den Weg. Ne, he. Scheiße. Gott, das gibt's nicht. Wie bist du hier durchgekommen? Das war eigentlich grad wirklich. Ja. Wenn's, ähm. Versuch mit, mit durchspringen. Wenn davor noch ein Schalter ist. Ich kann hier gar nichts. Ich komm nirgends wo weiter. Gibt's gerade echt nicht. Und da drüben wäre das hier. Fresse. Dankeschön. Dankespiel. Das gibt's gerade echt nicht. Und da drüben wäre das hier. Das wäre noch nicht mal allzu weit. Das ist nicht wahr. Scheiße. Parmittel. Oh, rein da los. Marsch. Danke. Oh, rein da los. Marsch. Danke. Ich muss ja diesen Schalter aktivieren und überhaupt seine Nachricht zu kommen. Das geht nicht anders. Jo, ne. Viel Glück. Ich hab auch meine Problemchen hier. Meine sind aber glaube ich noch harmloser als deine. Du meinst, was hast du dieses Level hier geschafft? Das 13. Wie bist du zum Ausgang gekommen? Das 13. Ist doch das wo die Maus kommt. Ich hab mich einfach immer. Ich weiß grad nicht genau was an der Stelle du da wirklich hängst. Ich hänge an der Stelle wo quasi in einem Raum eine Wache oben links steht, die quasi nah an der Kante steht. Und dort rechts ist ein Schalter, wo man rüberspringen muss. Kann man dann auch von woanders kommen? Nein. Hab ich probiert. Von einer anderen Richtung geht's nicht. Tja. Deswegen. Ich bin grad echt. Na das ist das hier genau. Na super. Ich glaub aber da gab's doch irgendwie einen anderen Weg, dass man vielleicht von oben kommt. Ich find den Weg irgendwie nicht. Ich find den Weg irgendwie nicht. Aber das ist das Level. Irgendwie find ich den Weg glaub ich nicht. Also ich find dann nur ein Tor wo ich halt nicht mehr durch kann und halt quasi nicht mehr zurückkomme, weil... Oh Prinz! Du musst die Wand nicht anbumsen. Der bumst halt gerne, ne? Eiberheld. Er sollte nach oben und nicht an die Wand. Mann. Wenn er bumsen will, dann soll er zu seiner Prinzessin gehen, weil... Oh. Mein Gott ey. Tja. Irgendwas wirst du da übersehen, denk ich mal. Geh ich auch von aus. Die Frage ist was? Oh Mann, das kann doch nicht wahr sein. Wenn wir nicht am Stück zocken, könnt ihr jetzt nachgucken und es dir schnell sagen, ne? Ah. 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 Äh. Äh. Von der Wache. Kann doch echt nicht sein. Ich hab ja alles... Jeden Winkel, jeden Schalter irgendwie... Ich kann mir echt nicht vorstellen, dass ich irgendwas hier gerade verpasse. Aber es muss so sein. Irgendetwas Dummes offensichtlich ist, was ich wirklich nicht sehe. Ah. Das da drüben ist zufällig kein Schalter, oder? Nein, gut. Okay. Sprung Schuse again! Und again! Und again! Und again! Und jetzt festhalten! Oh. Das ist doch geisteskrank. So. Hab ich jetzt hier einen Checkpoint? Ich hoffe. Ich hoffe. Ich bitte darum. Ja gut. Ich hab meinen Fehler erkannt. Oh Gott. Ich hab meinen Fehler erkannt. Ich hab jetzt zwei Tränke vor mir. Zwei Lebenstränke. Einer wird vielleicht falsch sein. Welchen würdest du nehmen? Links oder rechts? Spiel Lotto! Nimm irgendeinen. Den im Floridian. Ich trau mich nicht. Ich trau mich nicht. Ich will nicht wieder mit Bildschirmen über mir spielen, ne? Nein, verzichte! Nein, verzichte! Boah! Ich will nicht wieder mit umgedrehtem Bild spielen. So. Geh mal da runter. So. Und du bist mal da rüber. Dankeschön. Dann kann ich dich nämlich an die Wand drängen. Und ein bisschen schubsen. So. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Prinz sich noch festhalten kann, wenn er eine Wand genutscht? Hm. Kommt drauf an. Wenn er die Wand ganz doll lieb hat, dann dürfte es nicht hoch sein, ne? Ich probier's mal. Ja, er hält sich fest. Okay. Problem gelöst. Hoffentlich bleiben jetzt die Wachen weg. Aha! Ja. Wenn ich das jetzt mache... Die Platte sieht irgendwie so verdächtig aus. Aha. Gott, das brügelt ja auch. Gott, ab dir. Ja, haben sie. Oh Gott, ich darf hier schon wieder springen. Nein. Oh, Mann. Jetzt komme ich zurück. Da oben ist die Sackgasse von Jafar, bin ich gleich einsperrt. Auf Deutsch? Spring, du Idiot. Hahahaha Aaaaah, aber ich habe einen Checkpoint im Level! Dankeschön! 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 Ne, ich trau mich nicht, die Tränke zu holen! Nein! Ich weigere mich! Oho! Sowas gibt's auch! Ja! Wobei, die Zeit hätte ich ja, ne? aber mit kopfüberspielen muss nicht sein nein so lass dich wieder an die wand schubsen war das nicht so eine bescheuerte scheiße oh man sagen was ist hier oben ich gucke erst mal was hier oben ist das weiß ich jetzt gerade nämlich nicht mehr da ist auch noch ja super jetzt habe ich mir aussuchen bleib oben in dem level ist es nie verkehrt jetzt muss ich jetzt zwei sprüge auf einmal schaffen 12 ok ich habe sogar eingekriegt war ich hoffe es kommt jetzt nicht die stelle vor der ich angst habe richtig spiel ich habe es jetzt versaut habe ich versaut ich bin an der stelle wache förderbeins gelotine oh ja dann bist du auch kurz vorm ziel schlimmer noch ich habe nur noch eine energie das machen wie bei sich das jetzt packen soll ich lebe noch lebe noch ich nicht wenn ich das jetzt auch kurz gut ah man ich ja ich trau mich gerade nicht ich muss aber durch die gelotine durchspielen sonst habe ich das nicht ich muss wieder ganz schnell wie soll ich das packen wie soll ich das machen scheiße heran stellen springen und schnell plätze tauschen so okay aber gut dass ich gerade langsam ist ja das war das was wir doch ein heil tot scheiße ja ich habe so noch geschafft so schön die plätze zu tauschen und ich dachte ich packte dann kriegt er mich irgendwie erwischt ich habe gerade drei guillotine vor mir wenn es weiter nichts ist ich habe ein ganzes level noch vor mir also das ganze level 13 nochmal jetzt ich glaube hier muss ich mich dann beeilen fisch und klack und weg warum hat er die gelotine ist nicht gepackt kannst mir sagen dieser präger bock dieser präger ist echt zu mäuse ja kannst ja machen wenn die die stelle mit der maus erreicht nein hat komm her vielleicht nur aber eine kreisch 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 klang jetzt auch lustig Weißt du was ich finde ich jetzt mal die tränke aus oh du bist müdlich geworden ja gut du hast ja keine kreis keine Zeit zu verlieren, also du kannst ja Zeit lassen dadurch, dass ich ja so weit noch hinten bin der rechte ist schonmal sicher der linke ist dein Untergang der linke, der linke krieg mich instant wow das ist mal richtig fies natürlich das Bild umdrehen ist zu human mit Gleichpunkt